Wir konnten gestern in den IAFC rein starten und wir haben die ersten dicken Walkouts gezogen. Endlich ist es wieder soweit. Ein Jahr haben wir gewartet, um die sieben Fünfer wieder zu surfen, bis wir umfallen. Und Freunde, wirklich vielen, vielen Dank für den Support gestern im Stream. Wenn ihr dieses Video seht, ihr seid ab 15 Uhr wieder live und surfen weiter. Auf Twitch natürlich. Lasst ihr ein Däumchen nach oben da. Kostenloses Abo, Freunde, IAFC. Wir haben sowas von Bock. Gönnt euch dieses Best of. Let's go rein. Viel Spaß. Guckt euch diesen Tunnel an. So, was machen wir jetzt? Wir gehen in Deutschland. Wir haben es gesagt. Schön. Das ist jetzt kein Wettrennen. Genieß es. Diesen Moment haben wir jetzt nur einmal wieder für ein Jahr. Genieß ihn. Wir gehen klassisch, wirklich deutsch, oder? Ach komm, Italien, oder? Deutschland, komm. Äh, äh, in Kleindienst. In Klotens. Auch nee, oder? In Kleindienst, Freunde. Weiß ich jetzt nicht. Ey, sag ich, finde ich aber geil, nehmen auf der Seite 77 Stürmer. Und nehmen sie so dann die Ligen, Nationen. Also, wie sieht denn unser Startteam auch? Oh, wir haben einen Motorhut, Ex-Stuttgarter. Was sieht man jetzt hier, wenn wir mal ganz kurz durchgehen? Da hat sich nichts geändert, nichts geändert. Ich kriege kurz eine Erklärung. Blaze Dice und Rolls sehen wir dann hier. Alter, Waldhof haben die uns gegönnt, Digga. Warum kriegen wir immer Waldhof? Digga, das stimmt doch was nicht, wirklich. War das jetzt letztes Jahr auch schon? Doch, doch. Was machen die für extra? Kannst du mir erzählen, was du willst? Die Hero muss es auch geben. Ah, nee, da. Okay. Ein Goochie. Aber wir sehen gar keine Animation. Aber ich sag Goochie, von denen es noch gar mal 60. Ist halt eine neue Hero, ne? Guck mal, was er noch so kann. Was hat er für Spielerrollen? Ich kann dir gar nichts machen. Beim Abruf dieser Spieler, wer hat das einen Fehler aufgetreten? Bitte versuch es, es ist erneut. Ich kann nur mitnehmen. Wir dürfen nicht jedes Jahr die gleichen Fehler machen. Oh, ich sehe einen Tunnel, Chad. Ist das ein Trend? Trend, Walker. Ein Trippi. Das ist ein Trippi. 83er Trippi. Den so einer, sage ich dir ganz ehrlich, kann man direkt mal auf den Transfermarkt stellen. Ja, alles mitnehmen ist auch falsch, Chad. Okay, ich sehe wieder einen Tunnel. Ich gucke die ganze Zeit. Oh, Schweizer. Das ist ein Kobel, oder? Das ist ein Kobel. Das ist ein Kobel. Das muss der erste Walkout sein, Chad. Das ist ein Walkout. Das ist der erste Walkout. Das ist, mein erster Walkout ist ein Kobel. Ein Ex-VfBler. Komm reingelaufen, mein Freund. Komm reingelaufen, mein Freund. Muss ich Chi-Chi sagen, Digga. Erster Walkout, Chad. Ich bin da. Ist es ein Torhüter? Okay, aber... Ja, entspannt macht er sich, ne? Ja. Kommt rein, macht sich ein entspannter Lachs. Aber erster Walkout, ein Dortmunder. Jo, ich habe doch nichts gegen die. Ich habe doch nichts gegen die. Wo lehnt er sich an? An der Karte. Virtuell hat er seine Karte. Vielleicht hat er auch so ein Ding dabei, wo er drunter stellen kann. Ich weiß es nicht. Da müssen wir halt mal safe mitnehmen erstmal. Mitnehmen. Mosch-Down-Crew auch nochmal. Danke. Ich komme aber jetzt gerade wieder öfters in den Tunnel rein. Aber hinten, diese dumme Lampe muss angehen. Geh doch an. Ich wäre auch froh, du willst du mal anmachen hinten. Was habe ich denn da? Romano. Pellegrini. Kau, mitnehmen, 83er. Nein, packe Pellegrini mitnehmen. Oh, Goretzka. Leon Abi und ein Shadow mit drin. Pack ihn ein. Den packe ich mal safe mit ein. Das war mal ein gutes Pack, Chad. Da sind so ein paar Nashis drin. Shadow mit am Start. Manager Liga will wir aber auch nie brauchen. Passt mal Ball auf. Ja, nehmen wir mit. Sehr gutes Pack. Schönes Nashie-Pack hier. Das ist auch Wahnsinn. Geh doch mal da hinten an jetzt. Boah, Zimu, ich sag ja gleich, könnte aber die ablösen. Also im Chat werden die Stimme gerade schon extrem laut. Spann dich mal. Dass ich da jetzt nicht immer jede paar Sekunden einen Walkout ziehe. Der nächste Walkout ist halt auch eine Icon. Die Kirby. Sieht nicht schlecht aus. Die machen wir mal mit. Ja, aber ich komme in den Tunnel rein. Die nehmen mich mit. Die nehmen mich an der Hand. Aber da machen sie mir die Lampen dann. Machen sie mir einfach aus. Alter, kennst du noch? Holland? Ja, das ist doch AC Mailand. Ja, ist rein das. Ja, das ist AC Mailand. Da haben wir einfach England-Wappen drauf. Ja, ich wollte aber eigentlich sagen, weißt du noch, was früher war? Mal überleg, Holland und dann in die Serie A. Holland Serie A. Chad? Was war Holland Serie A? Ja, was heißt früher? Schon länger her. Rülle, Snyder. Nein. Oh, Enzo Mio. Nengolan, er schreibt's, Digga. Der war doch aber nicht Holland. Nengolan war doch Belgier. Acht. Boah. Junge, Alter. Ich dachte gerade, also, 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 Chad, ich glaube, hier hat jemand einen Hirnschlag. Bei mir sind nur die virtuellen Lampen kaputt. Bei dir ist aber, glaube ich, auch immer eine Lampe kaputt. Gut, wie gesagt, Nengolan ist ja auch Holländer. Das passt schon, Chad, ne? Der passt da in den 10-Stunden-Stream rein. Alejandro Garnato. Ich habe einen Garnaro gezogen. Den nehme ich mal safe mit, der wird ein bisschen was wert sein, oder? Safe. Aber es geht auch hier... Doch! Ah, doch! Ich bin im Walkout! Hört, um auf, rumzuholen immer. Hört, doch mal entspannt. Es ist ein Trend, oder? Ja, es ist ein Trend. Ich bin da. Ja. Aber okay, wir haben es erkannt. Wichtig. Ja. Walkout ist da. Alter, ich glaube, wir haben aber auch noch nie, Alter, im Deutschland-Trikot, wir haben noch nie, glaube ich, so schnell die Walkout-Animation gelernt, oder? Nee. Ah, echt easy zu erkennen dieses Jahr, ja? Wenn man es weiß, ist es wirklich einfach. Ja, ne? Weil du musst halt einfach nur hinten drauf gucken, wenn du das siehst, dann ist ein Walkout. Und die gehen halt spät erst an. Die gehen halt echt spät an. Da muss man ein bisschen... Das ist heimtückig. Ich dachte, gerade ist nämlich nichts. Stuttgart-Wappen. Oh, sehr geil. Können wir das aktivieren? Wurde eingesetzt. Ich habe dich eingesetzt, wenn es nicht okay ist. Ja, FCK haben wir ja noch nicht, dann können wir halt darüber streiten. Solange wirst du mir doch ein FCK-Wappen gönnen. Ich arbeite uns langsam da hoch zum Bruch. Ich bist eine Drecksau. Du bist eine Drecksau. Aber die Frisur sah krass aus. Ja, aber das ist ein Nashis. Ja, aber das ist ein Nashis. Ja, aber du bist eine Drecksau. Du hast uns alle angelogen. Ja, aber okay. Ich habe das halt nicht gespürt zwischen Nashis und... Digga, 84er Ake wird mehr wert sein wie irgendwelche Walkouts. Simbo, du hast uns angelogen. Ja, ich hatte ein Gespür. Ich wusste, ob Walkouts... Und deswegen mache ich den Lied für dich jetzt an. Weil du uns einfach angelogen hast. Ey, ich dachte kurz, er dachte kurz, Rülle. Ake ist krass. Kommt nicht mehr in diesen Tunnel rein. Er ist für mich zu obern. Kai Havertz. Kai Havertz. Abi bringt Nashis-Chat. Sehr schön. Den stellen wir doch mal direkt drauf. Eli hat sich Messi geholt. Er wird noch rutschen gehen, der Mann. Ich sage euch ganz ehrlich, bei Eli... Was da so... Oh, Danilo auch stark-chatty ist. Ey, ich sage euch, das Pack war krass. Das Pack war sehr, sehr geil. Dankeschön. Komm, für den Ruben jetzt. Nein, das geht aber auch nicht. Das ist Doku. Doku? Doku wäre krass. Warte, was hat denn der? Das ist Doku. Das ist ein Doku, Digga. Das wären richtig dicke Nashis. Das ist ein Doku. Digga, das sind ganz, ganz dicke Nashis. Das sage ich aber auch zum Bot. Das sind Riesen-Nashis. Die musst du in den Sack raustragen, so viele Coins sind das. Hol die Schubkarre von hinten. Ja, warte, da komme ich angefahren. Ja, behalt den erstmal. Big Big. Immer der Traum, der lebt. Ja! Du hast einen, Timo. Ne, oder? Mach ich den, Dibreiner? Mach ich den, Dibreiner auch? Kevin, Dibreiner! Stark, Timo! Stark! Ey! Ey! Applaus! Hey, Applaus! GG! Wo sind jetzt die Hater eigentlich? Wo sind sie gerade? GG! Ganz stark! 90er? Wo sind die Hater? Ganz stark! Ganz stark, Timo! Ganz stark! Ja, ich habe nur gesagt, Jungs! Ganz stark! Ich habe nur gesagt, ich komme! Lass mich ein bisschen reinkommen! Ich komme! 130k! Lass mich ein bisschen reinkommen, Jungs! Mann, das gibt es doch nicht! Dann greife ich sehr, ja, Fahra, aber sind Nashis, oder? Oh, Varan! Könnten Nashis sein! Ja, der hat halt auch nicht mehr die Werte, wie er mal hatte, ne? Aber drauf mit! Hö? Info! Info! Hä? Icon oder Info? Was ist denn das? Hä? Ne, Broly, das ist ja irgendein Inform, oder? Was ist denn das? Aber das sei ja... Ja, das ist ein Inform, okay! Aber geile Animation! Ja, geil! Geile Animation! Digga, das ist ja crazy! Guck mal, die Wellen, die Würfel hinten sind auch anders! Alter, wie krank sah denn das aus? Der ist eine ganz andere Nummer, ne? Digga, wie krass sah... Ich war kurz bei Icon, weil oben in den Ecken das so wie bei der Icon aussah! Wie wir dann erst die Icon aussehen! Also, das ist ja auch schon abgesprayt! Ja, die Breine könnten aber... Jetzt machen wir wieder im Tunnel, aber da leuchtet hinten nichts! Der ist dann damals an Zone runter auf 80k, und ein paar Tage später auf... Oh, ist das Isaac? Der könnte ein bisschen was wert sein, oder? Ja, klar, das könnten... Ja, ist dann das... Schmeckis! Schmecki-Naschis! 85er! Der könnte halt echt ein paar Nachschis nach Hause bringen, ne? Das sind Schmeckis, Freunde! Da kommt, er geht bis 100k! Ja, Zimbo! Das ist sehr, sehr stark, ne? Von 14 auf 16? Sag ich, das ist halt so ein großer Unterschied! Oh, Walkout! ZDM! Xhaka! Ja... Ja, Walkout immerhin, aber... Ne... Neuer Parejo, sag ich dir ganz ehrlich! Xhaka ist ein neuer Parejo-Zimmer! Naaah... Ja, muss nicht! Immerhin, es funktioniert! Übrigens, ich habe auch noch keine Rate gekriegt für den Monat! Hast du Raten gekriegt? Das hat der Arme! Das ist komplett hutschiger, gell! Wer hat nach Amerika gehen? Pech gehabt! Wenn er da geht... Weißt du, ist das ein Walkout, Adeyemi? Hä, wie stark! Hä, stark! Stark! Walkout, nett, aber big! Ja, was für ein Walkout, ne? Ja, aber stark! Jo, Digger, gar nicht auf dem Schirm gehabt, wo kam der gerade her? Ich habe gedacht, der fährt doch ein bisschen... Es sieht doch ein bisschen dunkel aus, der Lass! Ah, der ist sehr big! Ich habe auch gar nicht hingeguckt, vor lauter Chat! Preislich! Ne, das kostet doch keine 150k-Zimmer! Zimbo, warte ab, wo der hingeht! Der kostet 33k-Zimmer, bleib mal auf... Ja, der geht locker hoch auf 70! Mhm... Der geht locker hoch auf 70! Adi... Adi Bratan geht hoch auf 70! Bleib mal auf dem Boden der Tatsache, Alter! Du hast dir keinen Ankara-Messi-Krack gezogen! Ja, das habe ich... Da bin ich, sage ich dir ganz ehrlich, zu geizig ein Ziel! Ja! Walkout! Stürmer! Oh, Robert Lewandowski! Lewandowski! Robert Lewandowski! Ich sage Double-Walkout! Double-Walkout! Robert Lewandowski! Das ist kein Double-Walkout-Zimmer! Ne! Aber stark! Ne! Über was red man bei dem Lewa? Kostet nix, aber ist gut! Ja! Also ist so ein Chaka-Profil! Joa, bin ich bei dir! Wir marschieren weiter! Walkout! Rf! England! Das ist ein Chaka! Das ist ein Chaka! Nein! Häng ich? Foden, Digga! Stark! Was bin ich für ein Macher? Was? Was bin ich für ein Macher? Stark! Junge, der hat mal Zeit gehabt, mich abzuputzen! Schöne Walkouts! Was bin ich für ein Macher? Was geht denn da gerade ab? Junge, ich bin ja so drin im Fahrwasser! Ich hab einfach, ey, ich sauber, ich hab noch mal die Hände gewaschen, ne? Alles gut. Oh ja, stimmt. Ja, ich, 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 wie krank ist denn das? Gerade den Deckel hochgemacht, hingehockt! Digga, ich zieh wirklich komplett Manchester City einfach! Hör mal, was geht denn da ab? Wer hat die Packs? Wir brauchen's! Knapp mit der Wette! Ja, es ist ja nicht vorbei, Jungs! Es kostet 100k! Es ist ja nicht vorbei! Mia, Ham! Was hast du da am Start? Portugal! Oh, ist das Nuno Mendes? Kann sein! Oh! Oh, da können was wert sein! Gute Shurfies! Sehr, sehr gute Shurfies! Ja, hau, ich drauf! Auch ne Dame! Oh, Walkout! Dame! Stürmerin Pop! Das ist doch ne Alexandra Pop! Das ist ne Frau Pop-Shirt! Aber Rating ist, glaub ich, geknackt, oder? Nein, 87! Guckt's euch an! Ihren Toadie-Pokal! Von der Alexandra! Ey, aber die Walkouts kommen gerade! Du bist bissig! Aber ich sag, beim Toadie sind die safe blau! Äh? Nochmal ein Doku? Alles war so krank! Nochmal ein Doku? Das, der ist ein Doku! Digga, das ist so stark! Chi-Chi, wirklich! Digga, stark! Chi-Chi! Du schreibst die Dokumentation nochmal runter! Kid Rob! Du, ähm, wie sieht's denn aus? Hast du in deinem Fuhrpark ein Auto, was du mir leihen könntest? Ich mach's doch auch Waller nicht kaputt! Ich schwör's dir, ich mach's nicht kaputt! Dort, wo das Auto steht, also es ist ja alles... Oh, was ist das? Ja! 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 Macher! Ja! Hoi, mein Sohn! Digga, so stark! Junge, was angel ich denn da raus? So stark! Was angel ich denn da raus? Hoi, mein Sohn! Ich hab' euch schon gesagt, lasst den Papa machen! Gezogen von... Das ist halt krank! Alter, ist das wichtig! Das ist krank! Ist das wichtig! Da kauft er einfach diese ganzen Unfalldinger, die werden repariert... Und dann keine Ahnung, was damit passiert! Ich will's gar nicht wissen, was damit passiert, sag ich euch ganz ehrlich! Äh, äh, ist das noch ein Nuñez? Äh, ist das noch ein Nuñez? Mach' ich noch ein Nuñez? Ja! Fürs Team ist er trotzdem geil, ja? Wenn morgen dann für 250k kriegst du's aber trotzdem geil fürs Team! Ey, wir haben hier wirklich ein mega geiles Angebot, Freunde! My Con, neue Hero! Der ist jetzt für einen Schnapper für 401k! Ist der zu haben! Ihr müsst einfach noch drüber bieten! Ich leg' euch noch kostenlos obendrauf einen Nicer Dicer! Den lege ich euch kostenlos obendrauf und ne Gummidichtung kriegt ihr auch noch dazu! Wenn ihr jetzt da reingeht und bestellt! Ich weiß jetzt gerade, ob ich mich freuen soll oder nicht! Weißt du was das? Hm? Ja, das Problem ist, du denkst nur in nem kleinen Karré! Du denkst dann größer! Du musst dann bei so nem Ding auch einfach nur über den Tellerrand hinausgucken, ne? Weißt du warum? Mhm! Das ist der einzigste My Con, den es gibt! Ja! Du nimmst den jetzt? Ja! Und gehst jetzt direkt wieder, stellst du den einfach mal so! Aufentransfermarkt für 500k Startpreis! Deinen Ansatz finde ich stark! Einfach so! Nur weißt du was ich glaub? Es gibt keinen Vollidiot, der da jetzt reingeht! Ey! Das sind neue Hero-Brasilianer! Geh einfach mal hin und denk größer! Denk nicht zu klein! Du musst groß denken! Du musst weit hinaus in die Welt denken! Gib mir doch mal nen Walkout! Äh, gefühlt zwei Wochen nur am Streamen, deswegen ist es schwer! Timao will ja auch Samstag auf dem Betze, geht aber auch nicht, weil wir dann hier am Streamen sind! Ähm, deswegen! Ich will auch so viel öfters gern ins Stadion, aber schwierig! Sehr, sehr schwierig! Ich wäre auch gern zum Beispiel am Samstag nach Gladbach im Stadion, ähm, oh die stellen wir mal drauf! Die bringt ein paar Nachschieß hier die Frau! Naja, vielleicht spielt er auch in Indien! Die war ja nur ne 90 Minuten! Oh! Walkouts! Ach, nein! Ah, nein! Das sind meine Walkouts, Chat! Das England-Logo von Milan ist Mailander! Oh! Walkouts! Oh! Lewandowski! Immerhin mal, sag ich euch ganz ehrlich! Eben sprudeln sie so ein bisschen! Nr. 10! Ja, also ich denke, zuerst ein WL machen wir ja immer mit Broski unseren 48er, dann wird es auch dieses Jahr wieder geben! Ja! Oh, ja! Eine Dame! Ah! Irene Paredes, oder? Ah! Irene Paredes! Hm! Oh, das ist Mappi Leon! Irene Paredes! Trotzdem, Walkout ist Walkout, oder wahr? Zwiebelte zweimal am Bart, die ist es nicht! Nein, die ist es nicht! Nein, die ist es nicht! Dort konnte man wirklich einfach mal nicht so realisieren, was da überhaupt abging! Oh! Walkout! Es sei nicht! Oh, ein Ter Stegen! Der ist okay! Sehr stark! Nimm mal mit! Ter Stegen mitnehmen! Den pack mal ein! Marc-Andre Ter Stegen! Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das auswirkt, diese ganzen Playstyle Plus! Dann gehst du baden! Walkout! Oh, Walkout! Ah! Endler! Den skipp ich sogar! Sagt euch, wie es ist! Oh! Oh! Der ist big! Der ist big! Das ist ein schönes Pack! Trotzdem! Willst du mir sagen, du hast das gegen Endler? Ja, ich brauch sie nicht! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! áp